hallo und willkommen zu einer neuen folge fortnet mit mir den hero crafter a.k.a. max a.k.a. spider man malz morales wie auch immer leute heute leute ist ein update gewesen ihr seht schon hier und wir haben einen neuen festival pass für die leute die es nicht wissen der festival ist billy eilish richtig nice gönnen wir uns jetzt erst mal easy ultra wild es ist so ein hammer skin i love it i love it by gott das ist so ein nicer skin leute aber ich finde diese variante auch über nice die gibt mir gute vibes leute wie gesagt das war es eigentlich sonst gibt es nichts krasses das skin ist halt ultra nice ich weiß nicht der gibt mir gute vibes kann man die brille eigentlich abziehen oder ist das ja kann man übel übel nice sonst im shop glaube ich gibt es nichts neues das übliche coachella doch hier ist noch mal von billy eilish ich kann das nicht lange abspielen ja ok leute das ist noch nice wenn ihr das holen wollt dann holt euch das aber sonst wenn ihr einfach bock habt den skin zu haben nur dann holt euch einfach den skin weil hier ich glaube das ist auch so ein lied was auch damit drin ist gibt es den backpack von ihr ja das ist eine krone ja finde ich jetzt nicht so nice die spinnen darauf ist wild aber ich dachte vielleicht etwas ganz cooles das ist wieder so musik ding oder ist das eine spitzhacke ne ist wieder so musik ding sonst gibt es hier glaube ich keine spitzhacke oder ne diesmal gibt es keine spitzhacke oder naja rückenteil gibt es was ist das hier ach so ok 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 ganz nice leute hier ist noch mein emote auch wild also wie gesagt wenn ihr bock habt drauf dann holt euch den einfach ab der ladebildschirm ist auch ultra nice also in dem sinne leute macht es einfach in dem sinne wünsche euch einen schönen tag lasst gerne like da abonniert wenn ihr es noch nicht getan habt aktiviert die glocke dass ihr kein spiel verpasst schon wie schon das verlinkt in dem sinne haut drin bis dann und ciao leute